Im Bereich der Wahlfreiheit muss sich natürlich vieles ändern. Wir sind hier auf bayerischer Ebene, können im Rahmen von kommunaler Gleichstellung hier mal dort beginnen, dass Gleichstellungsbeauftragte auch tatsächlich handeln darf, in die Betriebe reinschaut, dass wir Best-Practice-Beispiele hervorheben, wie zum Beispiel kleine mittelständische Unternehmen, die Betriebskindergärten haben. Das sind ganz große Herausforderungen und natürlich auch in der öffentlichen Hand, im öffentlichen Dienst, in den Kommunen, in den Landkreisen, bis hier in die Ministerien, dass wir hier eine echte Gleichstellung haben.